Norddeutscher Rundfunk 2021 Okay, sehr gut. Jo, hi, Moritz hier von PIKIS. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, verlosen wir gerade ein Giveaway auf unserem Instagram-Account mit drei anderen Partnern. Und zwar den R.Dior High & Low. Wir wollten uns einfach mal für die letzten Jahre bei euch bedanken. Der ganze Support, jeder kauft, jedes Feedback. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Ihr ermöglicht uns einfach, dass wir das machen können, was wir wollen. Das ist Mode zu erschaffen. Und ja, wie könnte man besser Danke sagen, als mit einem unverschämt teuren Schuh. Ja, ich denke, viel muss man zu dem Schuh gar nicht sagen, dass der ein, zwei Scheinchen kostet. Ich denke, das wissen wir alle. Wenn ihr mehr Informationen über den Schuh generell haben möchtet, könnt ihr gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Eat Movement vorbeischauen. Die Jungs haben ein ausführliches Unboxing über den Schuh gemacht. Mit Boxinhalt etc., Marktwert, Stückzahl und vielen Infos halt generell über den Schuh. Und ja, das war es auch schon von meiner Seite aus. Wie gesagt, wir wollten uns einfach mal für die letzten drei Jahre Support bei euch bedanken. Viel Glück an alle Teilnehmer von dem Giveaway. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.